hallo leute und willkommen zu einer wunderschönen folge ttt mit dabei ist sie er hat mich angezündet die josh die shiri und ehre genommen wir sind heute im urlaub hier im paradies mit dabei ist das ist ja das war neben das war neben ja das ist hier oben im haus wieder gerade hier rein ich bin ja gerade erst da reingegangen molly vor dir ja ja hat marktus die selbst gelegt jetzt hätte ich mal gucken sollen aus dem haus kam aus dem haus auch ja okay ich habe auf jeden fall was gehört dass die kommt dass ich habe als einziger aus dem haus okay ich habe einen schneeball trifft man auch im wasser das würde mich mal schon interessieren nein würde mich das schon interessieren nein so schnell selbst wenn ich dich treffen wollte ich würde es halt nicht hinkriegen wo die aber wo bist du bin hier einer junge wo bist du amy city sorry ich nehme den secret exit das ist kein secret exit okay scheiße warum ist der so ein tunnel achso wer denn ey warte mal also fanon ja bist du cool ich bin gut ja also gut heißt ich habe einen trader getötet oh ja okay dann danke für die info dann bitteschön okay sonst hätte ich Hufri jetzt auch noch gefragt ob sie cool ist es muss ich auch schon er bin ich eigentlich zu leise oder so man hört ich kaum alsAnyone wenn man aus reflex nachladen will ich hätte mir denken können der kill von molly an das doch war aber auch op und man konnte er hat ihnen wirklich das fenster erschossen man konnte ihn nicht sehen weil die klein war also das ist ja gut einfach nicht die ganze zäune gehen genau bis zu über den kopf der klein sein ist schon ziemlich sportlich mag jemand meine muschi sehen eine ist gestorben gestorben du bist doch cool ich bin hier das ist das vertrag gibt immer das die links rum links rum ist jemand gestorben nein weiter 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 auf dem weg auf dem weg und dann links rum jetzt links rum jetzt links rum jetzt jetzt zufrieden aber immerhin habe ich ein fadenkreuz also das ändert sich zwar ziemlich von runde zu runde gefühlt das item ist wirklich ziemlich erschreckend wo diese vision ist ne alter denkst du eigentlich voll das gute item ne aber dann wirst du kriegst du ganze diese vision und das fang dich mega ich bin survivalist und habe aus dem tee zu käsen ob server schiebe nein 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 piranhas piranhas aui bisschen buzzer oh da wurde ihn getötet im haus in einem haus kann das mal aufhören mir unter wasser die vision zu geben das ist mega schlecht kann ich kann ich kurz sagen dass die lo traiter ist kannst du gerne sagen ja mach ich jetzt auch weil der hat mich getötet ich bin gut ich habe ein gambler ich habe mich wieder da aus einem tee zu kämpfen als survivalist auf server schiebe gekommen was eigentlich voll kacke ist weil item ist unbrauchbar aber ja aber wo ist denn jetzt der fettend schon wieder fettend ich habe das gefühl da hätte ich so eine art traiter haus das sind so alle traiter und josh ist da oben josh steht hinter dir auf wen soll ich gehen auf wen soll ich suchen josh ich werde geben wissen ob noch mehr tot sind weil klar sind mehr tot ich hatte schon drei visionen kann man im haus die nächste vision von mir proben wird geschossen ja ich schieße auf melonen äh nur hinter den gebäuden also ist halt irgendwo kommt eine grenze sag mal ich gehe rein da ist molly drin und jemand tot ich sehe nichts mehr die flashbacks na komm schon diese vision sind ja kacke ja dirik hat es noch konfirm wie bist du hier hoch gekommen ich war die ganze zeit schon hier oben achso ich stand einfach nur hinter dir in der ecke es sind mir noch relativ viele böse ja molly ist auf jeden fall böse und halt okay aber das ist tot es sind ja noch zwei böse also ich weiß nicht irgendwie ich bin nicht böse ja aber es sind insgesamt noch zwei böse okay noch eine böse ja ja mhm mhm keinen ist schon anschein tot aber achso ja shiri shiri wenn ich tot bin ist es eh okay nee ich hätte dich ja schon verschießen können beide sind ganz okay dahinten ist jemand gestorben eric ich truste dir jetzt ich flieg los okay do it ich sehe es am fenster links da links und im unteren war grad jemand ja ich flieg mit hochgeschwindigkeit hin ich sehe es schon also die vision ne wenn du die halt im sekundentakt bekommst und ja so abfuckt hm wie machen wir halt jetzt hupfi ich weiß doch nicht ich hab auch keine ahnung ach was nee ist noch nicht tot ist noch nicht tot oh ich schieße auf fett ja fett ins leiche verträgt das ja die ist hier unten dekonstration hm bis im haus weißt du was ich bin weg vielleicht bin ich auch du ähm vielleicht darf ich dir die identität nicht klauen wenn du klein bist glaube ich wohl hallo hallo wie machen wir das dilemma nein was wo unter uns drin war es ne sie ist in dem häuschen hier drin gewesen in dem mittleren ja in da wo ja sie ist da so ich hab sie mit dem schaf getötet ne aber sie kommt wieder glaube ich sie wieder kommt ne hä nein jetzt muss ich auch noch runter gehen jetzt muss ich auch noch runter gehen mich töten ich hab kein zeitlimit wow was wow was ein runden ende spektakulär okay okay die visionen sind ja was vision es gibt dieses visionary item womit du immer wenn jemand stirbt eine vision davon kriegst wenn es weit genug weg ist von dir ähh alter und an der einen stelle kam es einfach im sekundentakt und einmal kam es als ich unter wasser war und ich kann mich in der zeit halt nicht bewegen ne ich krieg ja für dich so scheiße wie es sich auch gibt es ja aber gescheiter ja bei live habe ich dich getötet mit dem schafen ne 3 äh deadwinger ja weil ich dich ja gesehen habe dein körper leid er ist halt leid 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 in der map liegt leid 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 Das ist heute nur noch schlecht. Ich bin cool. Haha, es wird immer schlechter und schlechter. Das ist ja, dass du nicht unnawn bist. Ihr Schott of Breaks. Oh Gott, was zur Hölle macht ihr da? Breaks nochmal sagen? Wir sind gleich tot, wir sind gleich tot Frego, ne? Die beiden hier oben werden uns ziehen. Also Magnus, hallo? Hi Siri? Irgendjemand hat ein paar Bauch gemacht. Frego und ich nicht mehr reden, das ist Josh. Wenn jemand nicht redet, dann ist Josh. Wenn jemand nicht redet, dann ist Josh. Was war Fanon? Traitor. Der hat sich selbst... Ne, ne, warte mal, Magnus war Traitor. Oh nein, hier ist wieder der Schuh in die Klippe. Ah, der Schuh in die Klippe. Warte, Wollig. Oh, hier sind wieder viele Schuhländer. Magnus hat sich selbst. War noch dichter. Alter, das Huhn rassete richtig aus. Stell du dich mal hin. Das Huhn ist okay. Warte, ist hier Wasser? Ah, ich lerne. Schade. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah, ich bin hier voll. Ah, ich wollte auch gerade KFC den Arschen. Wer ist eigentlich hier hinten? Ach, Magnus. Darf ich da auf den Arsch hauen? Wolltest du auf den Arsch hauen? Ja. Der ist halt einfach geil. Da oben wurde jemand getötet gerade. Ah ja, aber live hat sie getötet. Stand! Okay, Molly ist tot. Aber live. Du kleiner Fenner! Du kleiner Fenner! Du kleiner Fenner! Du bist so ein Arsch, ich hätte dich echt nicht getötet. Jetzt mal ehrlich. War das jetzt richtig? Warte. Oh, okay. Warte, was? Ja, ich hab... Ich war verrückt. Entschuldigung. Was ist passiert? Aber guck mal, ich hab ein Vertrag für euch. Ja. Wow. Taylor ist innocent. Ach, kannst du nicht sein. Was? Nein. Entschuldigung, wir live. Ich war halt zwei. Oh nein. Wobei das halt nicht zu erwarten war, nachdem Frigo da abgeknallt wurde von Ehre. Naja, ich hab halt in der Frigo... äh, ne. Ach, du warst... Frigo getötet. Und dann hab ich auch für sie in der Live getötet, weil ich gedacht habe, sie ist... Das hast du gut gemacht. Schöse gewesen. Wenn sie erst schreit, ist es Frigo, ne? Weil er... Ja, ich dachte... Ich dachte, Frigo ist Spy... Ich dachte, Frigo ist Spy und der Live wäre dann Traitor gewesen. Er war ja auch. Dinge sind passiert. Dinge sind passiert, ey. Es steht immer Traitor. Also auch der Spy wird als Traitor. Es sei denn, ähm... Es sei denn, ähm... Es sei denn, alle Traitor wurden konfirmt. Ich hab nen Vertrag. Oh, geil. Oh, geil. Wir haben ne coole Rolle. Ich... Oh, vielleicht. Wir haben ne coole Rolle. Nicht so. Ich will live. Du Ehre. Natürlich. Warte, warte. Warte, warte, warte mal. Warte mal, wenn du... Oh, okay. Jörg hat's aufgesammelt. Ah, hier, Frigo. 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 Ja, und ich hab mir gerade... Ich bin nicht nur Inno, ich bin auch Spy. Wenn jemand bei mir ist und ich mich kippe... Du bist nicht nur Inno, sondern Spy. Okay. Ja, ich kann's ja jetzt sagen, weil... Es ist egal, weil es mir so klar war, dass ich's jetzt bin. Weil die anderen... Oh, ich bin angeschossen einfach so für nichts. Ja, weil du einfach mal angegriffen hast. Ja. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Ja, ja, der hat einfach dich angegriffen. Die Schuriken liegen hier. Nice. Gönnen sie dir. Oh, ich krieg's ihnen nicht. Oh, ich krieg's ihnen nicht. Oh, nie. Ach so, die wurden benutzt. Die stecken in der Tür. Ach so, die. Das dog, das dog, das dog ist Traitor. Das dog ist Traitor. Das dog ist Traitor. Okay, man sieht von hier oben halt so richtig viel. Ich komm jetzt mal mit ins Geschehen rein. Zwischendrin immer wieder Eri, der so durchflitzt. Ui! Oh, oh, oh. Der wurde wieder geschossen. Na? Kann ich ein Bubble-Ton? Okay, dann halt, dann halt Dado. Okay. Also einen Traitor haben wir noch. Oh, ich war da angepinkelt. Frechheit hier. Oh, nee, Magnus wurde auch angepinkelt. Frechheit hier. Frechheit. Ja, ich bin auch voll angepinkelt. Ach, das ist Spott. Wenn ich da bist, ist Magnus. Wenn ich dann bin... Ich kann nichts sehen. Ich seh dich ja nicht mal so. Ich kann auch überhaupt nichts sehen. Alter, das ist das lustigste. Das lustigste ist, es gibt drei verschiedene Animationen. Davon glaub ich. Aber mindestens zwei. Einer hat so ein Bienen-Waben-Muster bei manchen Leuten. Und bei manchen anderen Leuten. Bei manchen anderen Leuten gibt es nur so verschwommen. Hey, Frego. Hey. Hörst du da hier? Ich vertrau dir um... Frego, flie! Ich bin eine Pflanze. Uns kannst du trauen, Frego. Mir und Josch. Wir sind die Guten. Sag mal was, ich bin eine Pflanze. Du bist eine Pflanze? Chiri, bist du Chiri? Hab ich grad eine Heal Station gehört? Du bist eine Pflanze. Irgendwo ist eine Heal Station. Okay. Ich hab mich geheilt mit meinem Medkid. Achso. Heil mich auch mal. Wie Eri sich in dem Busch versteckt. Ich bin eine Pflanze. Oh, nee, warte. Das ist... Ich wollte grad sagen. Das ist kein... Danke. Bitte. Achso, der ist... Ihr Heiler. Bravo. Muss diese... Muss diese Pflanze weg? Nein. Machst du da? Achso, das war das Ding. Ach, warte mal. Ich... 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 Oh, wie besser. Oh, ich gönne mir mal richtig hart. Oh, ich mach jetzt ne... Ach, ich amaterasu jetzt ne... Warte, da drüben gab's da. Achso, hast du was zum Heilen. Ohaah! Molly! Wie war das? Molly Magnus hat die Melone amaterasu'd. Molly Magnus? Nooo! Oho! Ich wollte das nur mal ausprobieren. Sie ist kaputt gegangen davon. Melonenvertrachtigfeuerli. Komm, da kommt der rein. Okay. Ich bin des. Ich bin des. Du hast recht, das Höllenfeuer nicht. Da geh ich nicht rein. Übrigens letzte Runde, weil die Runde so lange dauert. Nee, Schiri, du bleibst draußen. Schiri, du bleibst draußen. Du bleibst draußen, Schiri. Ohaah! 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 Das Kreise ist so... Weil ich jetzt allein essen möchte. Ohaah! Wenn du ein Mini isst, kann man in das Regal... Ich muss mir auch mal was können im Leben. Oh. Dann geh zu KFC. Ich hab's dir schon gegessen. Oh. Ich bin in dem Regal drin. Aber... Du bist aber normal, Grosso. Bin ich? Ja. Sieht ja trotzdem dämlich aus. Werde jetzt der Mische kriegst. Jetzt fühle ich mich super. Fett, 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 Fett. Gesättigt und vollgefressen. Ja, ich lebe doch. Ach, du lebst noch? Du hast Aua gesagt, dementsprechend. Molli? Molli? Ja. Molli? 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 Molli lebst du noch? Molli? Molli lebt er doch alle. Molli? Wolli ist irgendwie . Molli muriel. M! M! U! Joshi, lebst du doch? Ja, noch. Ich schie satt da? Also das war jetzt sehr kurzfristig. Trigo warst du jetzt schön, man hinter sich... Also wie war denn jetzt noch der letzte? Äh, Shiri. Eigentlich auch schon... Na, mein Vertrag. Nee, ich war Spy. Dann... Nee? Okay. Okay, das können wir doch nicht so zu Ende gehen lassen. Dann jetzt letzte Runde. Aber dann... Trader... Trader ein bisschen mehr auf Gas drücken als Shiri gerade. Okay, bitte mal auf Gas. Shiri war zu innocent, um Trader zu sein. Ja. Shiri dachte, der Spy hilft dir. Nee, sie dachte, sie wäre. War ein bisschen ungünstig. Ja. Das waren so viele Leute, die Save-Inno waren und... Genau, ja. Da wollten alle... Ja, genau. Also schieben wir es ab. Ah, bestellig. Wieso ist... Boah, das Fadengeräusch macht mich fertig, ne? Ich wollte es machen. Machen wir einfach wieder so... So ein hässliches, grünes Fadengeräusch. Ich hab'n Debbie. Was machst du denn? Ja, mein Fadengeräusch ist auch. Du hast dich gerade geschlagen. Ja, ja. Passt du. Aber ich habe keinen HP verloren. Achso, dann lieber die wieder. Meins ist schwarz mit lila Sternchen. Meins ist schwarz? Meins sind einfach nur grün. Ich dachte, meins wäre ne Stadt... Okay, nein, okay. Ich mach nix ab. Einfach nur grün ist immer komisch. Irgendwas passiert da. Dann saucht du. Wer ist denn da... Wer ist denn da im Shoppen runtergefallen, Molly? Nein, nein. Ich wollte hier einen krassen Töten machen, okay? Ja, hab ich gesehen. War... War wirklich krass. Goldig, Goldig. Ne, nicht die Goldig. Was soll das denn? Ich glaube ja. Hey, da ist Doc. Was willst du, ha? Ha? Wer schießt hier rum? Ich hab Woltergeist. Genau, Woltergeist. Hast Ehre auf dem Dach? Ja, hallo. Komm zu dir, Ehre, okay? Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber ja, ich bin auf dem Dach. Ich komm einfach zu dir. Äh, Frigo, du bist einer Arsch, du. Wieso hast du da nen Pentagramming gemacht? Ich baue uns jetzt ein. Was hab ich vorhin gemacht? Du hast da nen Pentagramming gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, dann geh mal rein. Das ist nur wenn's leuchtet. Nur wenn's leuchtet. Nur wenn's leuchtet. Ah! Hallo, Molly. Oh Gott, Magnus. Oh, Molly, Molly, Molly. Oh, hier sind Mindtutles auf dem Dach. Also entweder Magnus oder Eri sind Traitor. Vielleicht auch Hund. Das ist aber nett. Ich vertrau dir jetzt. Vielleicht auch Hund. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich lauf doch jetzt nicht in den Mindturtle rein. Aber du hast sie doch platziert. Nee. Das ist glaub ich egal. Die löst ja immer aus. Gehm ans Traitorhaus. Das kommt noch dazu. Okay, wo ist Eri? Warte, ganz hoch dringend. Ganz hoch dringend. Ich hab 12.000 TP. Also ich hab Eri eben hier. Oh, hi, Josh. Wie geht's dir? Eri hat's. Schießen anwärtsrandom. So aim'n. Ey, was zur Hölle? Mach ich da. Ich bin umgekippt. Magnus, mach mal die Angst. Okay, Eri war Verräter. Okay, Magnus. Eri war Verräter. Eri war Verräter. Eri war der Verräter, Richard Verräter. Fahr nach Hause. Es ist irgendwie... Tut mir so leid, Pony. Magnus, 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 Magnus. Wir müssen etwas schneller. Mach mal laufen. Genau, die Runde dauert zu lange. Warum? Warum habt ihr das getan? Ein T ist noch. Auf geht's. Ach, kann ja sein können, dass einer Spy ist. Einer davon ist Spy. Okay. Ja, wenn der eine auf den anderen schießt... Also ich hab einen Spy und einen Traitor getötet. Nee, warte. Magnus hat den Spy getötet. Er hat sich selbst getötet. Aber es gibt doch noch Jackal, oder? Nö, es ist wahrscheinlich noch ein T. Könnte geben. Okay. Ist er in die Mind Turtle reingegangen? Wer? Ja. Oh Gott. Magnus nicht. Dann war ich sogar, weil ich war so nah an der Wand, dass ich die Mind Turtle... Ehre ist an der Mind Turtle, glaub ich, gestorben. Ich war so nah an der Wand, glaub ich, dass ich sie getriggert habe. Das ist natürlich ein Pizza. Hallo, was ist mit dem T los hier? Also es geht nicht durch jemand interessanter. 3er Truppe. Schieß mal los hier. Also... Das stimmt, ja. Frigo, mach mal los hier. Los. Mach doch mal was. Mach doch mal was für euer Geld. Das wird getrotzen. Das wird getrotzen. Schiri, 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 Schiri. Schiri, Schiri. Oh, okay. Oh. Okay. Der funktioniert. Okay. Ehre. Oh, Ehre. Der Tod. Okay. Die war Poli. Poli, das war deine. Das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns bei einer weiteren wunderschönen Folge wieder. Schaut auf jeden Fall bei Magnus und bei Josch vorbei. Und auch bei den anderen. Vielleicht machen die auch krasse Sachen. Ja, ich mach coole Vlogs. Und in der Beschreibung verlinke ich so. Und wir seh' das. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ey, du weißt gar nicht, wie manchmal aufwendig ist es, so scheiß Vlogs zu schneiden, ey. Ne, weiß ich nicht. Ne, noch nie gemacht. Hä? Hab ich noch nie gemacht. Ne. Nicht mal leer oder so. Ne, 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 ne. Die ganzen Schritte und Effekte machen doch alles durch der Computer. Oder nicht? Ja, alles. Hauptsache die ganze Feuerexplosion. Aua.